Freitag, das ist die Zeit, wo Roland Jägen und ich, Andreas Bernstein, auf die Märkte schauen, insbesondere auf die Indizes, auf die Aktien, die interessant waren. Und heute gibt es natürlich auch ein paar Sondermeldungen, die wir mitgebracht haben. Nach dem Intro geht es los. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Heute kamen ein paar dunkle Wolken, nicht vom Wetter, hier sind es in Potsdam über 30 Grad, sondern so ein bisschen von der Cybersecurity-Front aus Amerika. Ganz genau, also wir hatten heute den, oder der besteht teilweise immer noch, der größten IT-Ausfall aller Zeiten und der hat wirklich weltweit sowohl Flughäfen lahmgelegt, McDonalds-Filialen, Banken, die Londoner Börse musste schließen, also Krankenhäuser haben OPs verschoben und letztendlich geht das Problem zurück auf CrowdStrike, den größten Anbieter für Cybersecurity-Software. Und der hatte heute Nacht ein Update durchgeführt und das hat zu Problemen geführt, insbesondere auf Cloud-Plattformen wie Microsoft Azure und hat wirklich weltweit die Nutzer dann beeinträchtigt. Ja, und das hat auch die Aktienkurse der Unternehmen beeinflusst. Die schauen wir uns nachher an, aber erstmal natürlich blicken wir auf die Indizes. Beim DAX dachte ich zwischendurch auch, ist denn die Börse geschlossen vielleicht, weil eine ganz enge Range sich rausgebildet hat am Vormittag. Genau, es hat sich eine enge Range ausgebildet und wenn wir auf die aktuelle Woche schauen, sehen wir, dass wir wieder einen Rücksetzer hier in den letzten Tagen ausgebildet haben. Vorher war der Weg ja fast frei Richtung Allzeithochs, aber der Markt hat gedreht und das Ganze sehen wir dann auch, wenn wir in die kleineren Zeiteinheiten hier reinschauen, dass es eine abwärtsgerichtete Trendwoche war. Wir sind quasi die komplette Range der Vorwoche durchlaufen, und nachdem wir die letzte Woche noch hier auf Wochenhochs beendet hatten, hat der Markt den kompletten Verlauf der letzten Woche nun korrigiert. Ist auch heute in den Morgenstunden ausgebrochen aus der Vorwochen-Range. Konnte sich jetzt wieder hineinarbeiten, aber insgesamt ist es bis dato eine negative Woche, die uns hier beschäftigt. Und auf Tagesbasis stimme ich dir zu, es war zunächst eine recht enge Range. Wir haben die eine starke Bewegung gesehen heute nach 9 Uhr entsprechend mit dieser Abwärtsbewegung und dann eine Konsolidierung auf sehr niedrigem Niveau, muss man sagen. Und der Markt ist weiterhin in einer recht engen Range zwischen 18.320 und 18.400 hier im Future aktuell gefangen. Und die Kurse, die wir im Tief gesehen hatten, die variierten über die Kassakurse bei 18.200. Und das ist auch zum kleinen Verfallstag von Optionen eine ganz wichtige runde Marke gewesen heute. Genau, die runden Marken sind dann immer sehr, sehr wichtig, wenn die Optionen entsprechend verfallen. Von daher haben die auch immer eine gewisse Anziehungskraft dann auch für die aktuellen Kurse. Genau, wenn man nochmal ein Stück die größeren Zeitrahmen bemüht, dann haben wir auch an den Tiefkursen eine Zone, die hatte ich in den letzten Monaten schon ein paar Mal als Entscheidungszone. Und zwar müsste das Anfang oder Mitte Juni gewesen sein. Ganz genau, das sind hier die Kurse, die wir auch im Juni schon das ein oder andere Mal gesehen haben. Insbesondere dann hier nach dem Rollover. Das hier ist ja quasi das Rollover Gap im Future. Also im Future ist es diese Marke von circa 18.270 bis 18.300. Und da sind wir jetzt entsprechend wieder ran gelaufen. Ja, und vielleicht ist das ja schon eine Unterstützung. Wenn nicht, kommen wir tatsächlich an die Tiefste, die wir im Juni ausgebildet haben, ran. Und das würde ja bedeuten, dass wir in der Kasse unter die 18.000 rutschen. Genau, die 18.000 ist sicherlich eine wichtige runde Marke jetzt, die uns noch beschäftigen könnte. Und darunter wäre dann vielleicht auch hier der Wieweb des aktuellen Jahres. Der liegt bei circa 17.900 aktuell. Auch eine potenzielle Unterstützung auf der Unterseite. Ja, aber so weit muss es ja nicht unbedingt kommen. Kann ja auch der Markt wieder nach oben drehen. Wir haben in den USA ja auch gesehen, dass der Markt, insbesondere der Dow Jones, sehr stark nach oben laufen kann. Und das war an vier Tagen in Folge tatsächlich der Fall. Und dann, ja, gestern wurde so ein bisschen der Liquiditätsstecker gezogen. Und die Hälfte dieser Aufwärtsbewegung, die wir ab der 40.000 in der Kasse gesehen haben, wurde wieder korrigiert. Ja, der Markt war sehr, sehr stark. Fast parabolisch könnte man sagen. Der hat ja sogar die dritte Standardabweichung auf Jahresbasis nach oben verlassen. Statistisch gesehen hält sich der Markt dort quasi nie auf. Und demzufolge kam er jetzt auch gestern sehr, sehr stark zurück. Also wir sehen jetzt eine Korrektur in dem extrem starken Aufwärtstrend. Das muss einen nicht unbedingt verunsichern, sondern es ist, denke ich, normal, dass ein Markt da auch korrigieren muss, kann man fast sagen. Und die alten Allzeithochs, die zeichnen wir hier gerne mal ein, weil das ist für mich durchaus ein potenzielles Unterstützungsniveau, das uns vielleicht schon in der nächsten Woche hier beschäftigen könnte. Vielleicht sehen wir einen Rücksetzer zu den Ausbruchsniveaus und dann den nächsten Aufwärtsimpuls. Sowas ist durchaus nicht unüblich aus charttechnischer Sicht. Und auf alle Fälle extrem starke Bewegung. Am Dienstag war der stärkste Anstieg des Dow Jones, wenn man die letzten zwölf Monate sich historisch anschaut. Ganz genau. Es war ein sehr, sehr starker Tag. Wir können uns auch mal hier auf Wochenbasis das Ganze entsprechend anschauen. Dann sieht man, wir sind sofort über die Vorwochenhochs ja auch ausgebrochen am Montag und dann ein extrem starker Dienstag. Das hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Und gestern gab es dann entsprechend den Einbruch. Aber man muss sagen, wir sind ja weiterhin außerhalb der Range, außerhalb der Value Area der Vorwoche. Von daher muss einen auch diese Korrektur, die wir gestern gesehen haben, nicht unbedingt groß verunsichern. Ja, im S&P 500 sah es auch sehr rot aus. Aber der hatte im Vorfeld ja schon zehn Gewinntage in Folge gezeigt. Und damit auch das, was normalerweise in einem Trend üblich ist, einen kleinen Rücksetzer jetzt erst einmal vollzogen, der auch nicht besorgniserregend weiter ist. Nein, auch nicht besorgniserregend. Ein Rücksetzer jetzt zu den alten Hochs, die wir gesehen haben. Also diese Marke von circa 5.585, die wir gestern Abend und auch heute Nacht getestet haben, ist durchaus eine kleine Unterstützung hier. Und wir haben auch Kaufinteresse gesehen, jetzt schon in den vorbürstlichen Kursen. Von daher, vielleicht ist das schon das Ende dieser kleinen Korrektur. Und wir sehen einen weiteren Aufwärtsimpuls. Darunter könnte die Korrektur weitergehen, vielleicht bis in den Bereich von 5.500 bis zu dieser runden Marke. Aber aktuell sieht es wieder nach Kaufinteresse aus in diesem Bereich. Wenn wir uns hier auf Wochenbasis den S&P anschauen, da sieht man ein etwas anderes Bild als jetzt im Dow Jones. Also nach den Wochenhochs hier entsprechend am Dienstag hat der Markt doch relativ stark korrigiert und jetzt zweimal quasi diese Marke von 5.570 getestet. Und jetzt muss man schauen, ob wir hier perspektivisch auch nochmal die Kursniveaus zurückerobern können, die wir jetzt insbesondere gestern nach unten verlassen haben. Ja, und der Einzige, der richtig stark unter Druck kam, scheint da der Nasdaq zu sein. Denn diesen Pullback, den du im Dow Jones skizziert hast, der da noch nicht vollzogen ist an die runde Marke, der ist im Nasdaq schon geschehen und hat mit der 20.000er Marke aber bisher keine Unterstützung geliefert. Ganz genau. Also da war die Korrektur sehr, sehr stark. Da haben wir ja auch in dieser Woche keine neuen Allzeithochs hier ausgebildet, sondern kam ja schon vorher etwas zurück. Jetzt den nächsten Abwärtsimpuls gesehen. Wir sind hier auch auf einem potenziellen Unterstützungsniveau bei ca. 19.750 hier im Future entsprechend. Und also wir sind unterhalb auch der runden Marke von 20.000. Aber hier muss man schauen, ob diese Marke hält. Ansonsten darunter sicherlich die 19.500 zu nennen und knapp darunter auch das Value Area hoch des aktuellen Jahres. Auch hier ist der Aufwärtstrend weiter intakt. Aber wir haben jetzt eine etwas größere Korrektur gesehen, aber durchaus auf ein interessantes Niveau. Ja, wenn man sich den einzelnen Handelstag mal rausgreift, der so die große rote Kerze hier vollzogen hat, den Mittwoch, dann war das mit rund drei Prozent Minus übrigens der schwächste Tag seit 18 Monaten. Ja, ganz genau. Das war wirklich eine extrem dynamische Abwärtsbewegung, die man hier gesehen hat am Mittwoch. Da sieht man, da gab es kaum Rücksätze auch entsprechend, auch Intraday nicht, auch nicht in den kleinen Zeiteinheiten, sondern der Markt hat eigentlich sowohl vorbörslich abverkauft, als auch dann über den ganzen Tag hinweg. Ja, da kamen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen, dass ASML Zahlen gemeldet hat und den Ausblick ja nicht mit angehoben mit den guten Zahlen, was man eigentlich erwartet hätte. Also da ging in Europa schon der Druck nach unten los über die US Futures und dann hatte Donald Trump auch noch ein Interview bei Bloomberg, wo er sagte, dass er womöglich, wenn er dann der Präsident wird, als erstes ein paar Restriktionen erlassen möchte, damit die Chip-Werte und eine der Schlüsselindustrien aus den USA nicht die Technologie in China bedient. Ja, Handelsstreit mit China ist da weiterhin ein großes Thema und insbesondere dann vor dem Hintergrund eines neuen US-Präsidenten, der eventuell Donald Trump heißen könnte. Und das hat natürlich die Chip-Werte belastet, allen voran dann auch eine ASML als wichtigsten Chip-Zulieferer. Ja, schauen wir uns nachher im Aktienteil an. Zuvor würde ich gerne noch auf die Umschichtung eingehen, die man dann ganz klar gesehen hat, raus aus Technologiewerten. Teilweise rein in Dow Jones, aber noch mehr wurde in den Nebenwerten investiert und diese mit dem Russell 2000 sehr gut repräsentiert. Der hatte die schnellste Angleichung an den S&P 500 Equal Rate in der Geschichte der USA vollzogen. Ja, eine extrem dynamische Aufwärtsbewegung, die wir hier gesehen haben, seit die alten Jahreshochs rausgenommen worden sind. Und der Markt kommt jetzt auch zurück, weil er war ja auch fast parabolisch hier gelaufen. Hier sieht man auch über diese Extremniveaus entsprechend angestiegen. Zu Beginn der Woche kam aber hier schon am Mittwoch und am Donnerstag jetzt stark zurück. Jetzt muss man schauen, ob er hier eine kleine Unterstützung findet in diesem Bereich von 2200 Punkten, wo wir heute Nacht schon im Future gehandelt haben. Auf jeden Fall ein starker Ausbruch. Und jetzt muss man schauen, ob diese Kursniveaus auch gehalten werden können. Ich denke, die alten Allzeithochs, die wir hier Ende März, Anfang April gesehen, haben, könnten durchaus hier auch als potenzielle Unterstützung noch mal getestet werden, vielleicht in der nächsten Woche. Genau. Ja, und wenn Donald Trump Präsident werden sollte, und das sieht ja so ein bisschen danach aus, nach dem Attentat, und auch weil Joe Biden gerade an Corona erkrankt ist und eher Schwächensignale von seiner Seite aus gesendet werden, dann hilft das wieder dem Dollar. Deswegen schauen wir gerne mal auf den Euro-S-Dollar an der Stelle, der ja noch in einem Dreieck am Montag verweilte. Und was soll ich dazu sagen? Jetzt hat wieder die Oberseite gehalten. Ganz genau. Er ist quasi genau an die obere Trendbegrenzung hier herangelaufen und kam dann auch gestern sehr, sehr stark zurück. Also er hat fast versucht auszubrechen über diesen Bereich von 1097 hier im Future. Also hier ist jetzt der EuroFX-Future, der September-Kontrakt, kam auch wieder relativ stark zurück, jetzt bis in den Bereich von 109. Mal schauen, ob perspektivisch dann auch dieses große Dreieck, das uns jetzt schon seit vielen Monaten hier beschäftigt, in die eine oder andere Richtung aufgelöst wird. Ja, apropos Auflösen. Beim Gold war man ja immer drauf und dran zu schauen, wann gibt es neue Hochs? Können die sich noch mal signifikant von den letzten Hochs absetzen? Das kann man nicht bescheinigen, dass sie sich stark absetzen. Sie wurden nur marginal höher vollzogen, aber es sind neue Allzeithochs. Genau, wir haben neue Allzeithochs gesehen hier im Verlauf der Woche im Goldpreis. Also die alten Allzeithochs hier entsprechend, die wir hier auch noch mal gerne mit einzeichnen. Die wurden rausgenommen, aber der Markt ist mittlerweile wieder zurückgefallen unter diese Kursniveaus und testet aktuell fast punktgenau diese potenzielle Unterstützung im Bereich von 2400. Das sind die Hochs, die uns hier die eine oder andere Woche beschäftigt haben im Juni und auch noch mal Anfang Juli. Mal schauen, ob dieser Rücksetzer jetzt vielleicht von dem einen oder anderen Anleger genutzt wird, um in den Goldpreis einzusteigen. Also insgesamt ist man weiterhin im Aufwärtstrend. Man ist ja ausgebrochen auch aus dieser kleinen absteigenden Trendlinie und vielleicht bietet dieser Rücksetzer auch wieder eine interessante Einstiegsgelegenheit. Ja, eine Rücksetzer und interessante Einstiegsgelegenheiten hatten wir ja beim Rohölpreis. Du hast die Brandsorte, glaube ich, Anfang Juni, ist die noch mal ein bisschen nach unten gelaufen, um dann Schwung zu holen, um nach oben zu kommen. Und ja, auch insgesamt würde ich mal sagen, eher ein Dreieck oder eine Range? Eher eine Range. Also wir sind jetzt hier im US-Crude Oil, Western Texas Intermediate entsprechend. Aber Brand-Crude Oil ist auch über uns handelbar, sowohl als CFD oder auch als Future an der Intercontinental Exchange in UK entsprechend. Eine sehr, sehr starke Bewegung, die wir hier gesehen haben im Juni entsprechend. Der Markt kam jetzt seit Anfang Juli hier etwas zurück. Die 80-Dollar-Marke ist hier recht signifikant. Also wir sind jetzt hier mittlerweile im September-Future. Heute ist der Last Trading Day hier auch im August. Kontrakt, also spätestens jetzt Rollen auf dem September-Kontrakt. Die 80-Dollar-Marke als wichtige Unterstützung. Darüber könnten wir vielleicht in den nächsten Handelstagen oder Wochen eine weitere Aufwärtsbewegung erwarten. Unter 80 Dollar würde sich das Bild wieder deutlich eintrüben. Apropos Rollen, jetzt ist natürlich die Frage beim V-Stocks, ob denn die Volatilität auch in Europa anrollt, wenn der DAX solche Kapriolen schlägt. Ganz genau. Also der V-Stocks, also die implizite Volatilität des Euro-Stocks 50, die hat auch spürbar zugenommen entsprechend. Also man war ja hier lange Zeit innerhalb dieser engen Range, aber der Markt hat leicht angezogen. Also die Volatilität hat angezogen über die 15-Punkte-Marke hier ausgebrochen im Verlauf dieser Woche. Und wir waren heute schon mal im Bereich von 16 Punkten hier. Und jetzt muss man schauen, ob da perspektivisch auch nochmal die Hochs, die wir hier schon Mitte Juni oder dann auch hier Ende April gesehen haben, nochmal angelaufen werden könnten. Auf jeden Fall, die Volatilität ist zurück in den Märkten. Das freut uns. Und das sieht man dann auch bei Einzelwerten. Damit beginnen wir gleich. Du hast eingangs gesagt, CrowdStrike geht so ein bisschen auf der schwarzen Liste heute, weil ganz viele, insbesondere auch Urlauber am BER mit dem Ferienbeginn in Brandenburg auf ihren Flieger warten und da sind gar keine abgehoben. Ganz genau. Und vorbörslich stand die Aktie jetzt schon knapp 20 Prozent im Minus, hat sich jetzt schon wieder etwas hier beratbelt und aufgeholt. Man hat also jetzt erstmalig in diesem Jahr auch hier den 200-Tage-Durchschnitt vorbörslich getestet und auch die grüne Linie, das sind die alten Allzeithochs hier aus dem Jahr 2021. Die habe ich hier auch nochmal fortgeführt. Die haben wir auch nochmal von oben getestet. Also durchaus charttechnisch eine interessante Marke. Man muss jetzt natürlich schauen, die ein oder anderen Experten rechnen natürlich jetzt auch mit einer Klagewelle, weil den größten IT-Ausfall aller Zeiten, den lassen sich die Unternehmen oder möchten natürlich auch sich die Ausfälle dann auch bezahlen lassen und werden da sicherlich gegen CrowdStrike klagen. Jetzt muss man schauen, ob dieses Thema nicht auch abgesichert ist über die AGBs von CrowdStrike und am Ende da vielleicht gar nichts gezahlt werden muss. Und das wird auf jeden Fall interessant sein, wie sich die Aktie Intraday entwickelt und dann auch in den nächsten Tagen und Wochen. Das ist erstmal ein großer Rückschlag in diesem Aufwärtstrend. Aber der Aufwärtstrend ist noch nicht gebrochen, muss man sagen. Solange diese Marke von ca. 280, 290 Dollar hält und auch der 200-Tage-Durchschnitt auf Tages-Schlusskurs-Basis hält, ist die Aktie vielleicht sogar gut für eine kleine Gegenbewegung in dieses Gap hinein. Aber die Aktie, denke ich, könnte heute auch durchaus Intraday sehr volatil sein. Ja, schalt gerne mal den Intraday-Chart zu. Da sieht man nämlich, als die Meldung rauskam, wie die Kursbewegung vonstatten ging und wer da schnell ist und den News-Ticker angeschlossen hatte, der konnte vielleicht davon profitieren. Ganz genau. Vorbörslich die Aktie hier sehr stark abverkauft worden, bis in den Bereich von 271 Dollar. Jetzt sehen wir die starke Gegenbewegung. Vorbörslich aktuell im Bereich von 300 Dollar hier wieder angekommen. Und jetzt darf man gespannt sein, wie die Aktie dann um 15.30 Uhr in den Kassahandel startet. Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer Unternehmen, die davon profitieren, wenn es dem einen schlecht geht, nämlich der Konkurrenz. Und die Palo Alto Networks, die hatte ich nämlich auch mit in meiner Watchlist und habe richtig gesehen, wie der Spagat auseinanderging. Die ist nämlich stark angestiegen zur selben Zeit. Ganz genau. Also die hat keinen großen Rückschlag erlitten, sondern die ist angestiegen vorbörslich. Die hat ja auch eine kleine Korrektur gesehen in den letzten Wochen. Hier entsprechend auf hohem Niveau, muss man sagen, seit die Marke von ca. 325 Dollar überwunden worden ist. Da haben wir jetzt die kleine Korrektur. Und vielleicht nimmt die Aktie jetzt wieder richtig Fahrt auf. Wir haben ja zu den Quartalszahlen im Februar diesen starken Einbruch gesehen. Seitdem hat es sehr, sehr lange gedauert, bis dieser verdaut worden ist. Wir waren lange in dieser engen Range. Jetzt den Ausbruch auf der Oberseite, den Rücksetzer zu den Ausbruchsniveaus bei ca. 325 Dollar. Die gleitenden Durchschnitte haben auch wieder hier die bullige Anordnung. 50, über 100, über 200 Tage Durchschnitt sind alle aufwärts gerichtet. Von daher, vielleicht hilft ja auch diese News, dass die Aktie jetzt wieder Fahrt aufnehmen kann. Dann vielleicht auch das Gap hier schließen kann. Also das ist ja noch offen bis in den Bereich von über 360 Dollar. Und dann perspektivisch auch vielleicht nochmal die Allzeithochs erreicht. Auf jeden Fall sieht das Chartbild aktuell sehr positiv aus. Ja, das kann man bei Microsoft vielleicht auch noch geradezu sagen. Du hattest eingangs erwähnt, dass auch die Cloud-Sparte Microsoft Azure betroffen war. Also in vielen Unternehmen konnte man dann beispielsweise keine Mails und sowas abrufen. Ganz genau. Zunächst hieß es ja auch, Microsoft könnte verantwortlich sein für dieses IT-Problem. Aber letztendlich war es CrowdStrike, die natürlich ihre Sicherheitssoftware auch auf den ganzen Cloud-Lösungen von Microsoft Azure anbieten. Von daher war man nicht selbstverantwortlich. Aber natürlich waren die ganzen Cloud-Lösungen von Microsoft beeinträchtigt oder sind es zum Teil immer noch. Von daher die Aktie auch heute vorbürstlich erst einmal deutlich unter Druck gewesen. Das sehen wir auch, wenn wir hier vielleicht reinschauen in den vorbürstlichen Intraday-Chart. Die Aktie war zwischenzeitlich auch schon mal im Bereich von 425 Dollar. Steht aktuell circa 10 Dollar über diesen Kursniveaus, über den Tagestiefs. Und charttechnisch ist es so, wir haben jetzt ein interessantes Niveau hier auch getestet. Also die Aktie ist natürlich im langfristigen Aufwärtstrend. Wir haben kürzlich neue Allzeithochs gesehen. Seitdem korrigiert die Aktie, testet aber aktuell sowohl hier den 100-Tage-Durchschnitt als auch die alten Hochs im Bereich von circa 430 Dollar. Von daher muss man mal schauen, wie der Tag heute endet. Vielleicht nutzt der ein oder andere diese Schwäche, um hier in die Aktie einzusteigen. Und über 425 Dollar, das Bild weiterhin für mich auch sehr, sehr positiv. Ja, auch da das Pendant dazu, gerne mal in den kurzen Zeit einhalten. Die Apple-Aktie, denn zur selben Zeit als Microsoft, einbrach am Morgen. Mit den Kursen schon in Deutschland ist eben die Apple nach oben weggelaufen. Und die ist vorbürstlich jetzt 1,5 Prozent im Plus. Genau, die hat vorbürstlich hier zugelegt. Jetzt bis in den Bereich von 226 Dollar. Also eine positive Bewegung hier hingelegt. Und da könnten wir dann auch ein kleines Aufwärts-Gap hier sehen auf der Oberseite. Die Aktie ist ja weiterhin auf sehr hohem Niveau. Seit den Allzeithochs bei 337 Dollar kam die Aktie etwas zurück. Hat es jetzt nicht ganz geschafft, vielleicht hier die alten Hochs zu testen. Als kleine Unterstützung hier vielleicht einmal dieser Bereich von circa 219, 220 Dollar eingezeichnet. Da sind wir nicht ganz reingelaufen entsprechend. Aber vielleicht sehen wir ja noch auch im Verlauf des Handelstages nochmal eine kleine Korrektur. Und der eine oder andere nutzt diesen kleinen Rücksetzerumtrend folgend auch in diesen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend der Apple-Aktie einzusteigen. Kann man wahrscheinlich auch bei Netflix anmerken. Da kam gestern Quartalsdanach börslich über die Ticker. Die erste Reaktion war eine negative. Aber die Aktie hat sich dann auch schnell wieder erholt. Denn die Abonnentenzahlen wurden, was die Erwartung angeht, sogar verdoppelt. Also rund 8 Millionen neue Abonnenten sind bei Netflix gelandet oder haben ihren White-Account geschlossen und haben den offiziellen Account eröffnet. Nur der Umsatz hat ein bisschen nachgelassen. Ganz genau. Aber weiterhin sehr, sehr starke Zahlen von Netflix. Die Prognose war auch nicht ganz so positiv, wie es der eine oder andere Analyst erwartet hatte. Nichtsdestotrotz hat nach diesem kleinen Rücksetzer, den wir hier auch gesehen haben, Intraday in der Netflix, also gestern nach den Zahlen, der kleine nachbörsliche Einbruch bis in den Bereich von 600 Dollar. Aber von diesem hat sich die Aktie schon wieder sehr, sehr gut erholt. Man steht mittlerweile bei ca. 650 Dollar hier. Und könnte damit auch diesen wichtigen Unterstützungsbereich bei ca. 630 Dollar hier halten. Dort kommt zum einen der 100-Tage-Durchschnitt zum Tragen, die alte obere Trendlinie hier entsprechend und auch diese horizontale Unterstützung. Und das hat der eine oder andere vielleicht hier schon vorbörslich genutzt. Und da muss man schauen, ob sich diese Bewegung dann im Verlauf des Kassehandels fortsetzt. Ja, die alten Allzeithochs wurden nicht rausgenommen kürzlich. Von daher, die stehen hier immer noch aus dem Jahr 2021 zu Buche bei etwas über der 700-Dollar-Marke. Und vielleicht bilden die ja auch nochmal ein interessantes Ziel auf der Oberseite, kurz- bis mittelfristig. Genau, das war aber nur einer der Werte, die in dieser Woche Quartalzahlen gemeldet haben, die die Börse beeinflussten. Wir sprachen schon über den starken Rutsch an der Nasdaq, die in Folge von ASML ausgelöst wurden. Das ist ja der niederländisch-amerikanische Chip-Maschinenbauer. Und wenn es da so ein bisschen knirsch, beziehungsweise die Aussichten nicht nach oben geschraubt werden bei positiven Quartalzahlen, dann fragt man sich, ob eben die Chip-Bauer genug Maschinen bestellen. Ja, ganz genau. Die Prognosen hier waren auch nicht so gut wie erwartet. Von daher ist die Aktie auch stark eingebrochen nach den Zahlen. Auch unter die 1000-Dollar-Marke, unter die runde Marke hier zurückgefallen. Und das hat sich dann auch gestern nochmal fortgesetzt entsprechend. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Aktie vielleicht hier noch weiter abverkauft, bis in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts, der in diesem Jahr auch noch nicht getestet worden ist. Und auch den alten Tiefs hier im Bereich von ca. 850 Dollar, also das Tief aus dem Mai, war das hier entsprechend vom 1. Mai. Und in diesem Bereich wäre die Aktie aber durchaus wieder ein interessanter Kaufkandidat. Genauso, wenn sie wieder über die 1000-Dollar-Marke ausbricht, könnte man hier auch auf das Gap Close spekulieren. Also vielleicht noch etwas abwarten und dann auch trendfolgend in diesen schönen Aufwärtstrend einsteigen. Man muss natürlich auch schauen, wie sich hier dieser Handelsstreit zwischen den USA und China insbesondere weiter fortsetzt. Dann natürlich auch nach der US-Wahl hier entsprechend. Von daher eine gewisse Unsicherheit gibt es in diesem Wert, wie auch bei anderen Chip-Werten, weil das ist immer ein wichtiges Thema, wie sich da die Staaten positionieren und ob die EU dann hier auch mit dem größten Technologieunternehmen Europas dem Ganzen dann auch folgt und dann entsprechend auch diese Sanktionen hier entsprechend einleitet. Allein an dem Mittwoch hat die Aktie über 12% verloren, andere Chip-Werte 10% und die wollen wir uns auch nochmal anschauen, zum Beispiel in AMD. Da gibt es auch Äußerungen im Netz, also wurde noch nicht vom Unternehmen bestätigt, dass vielleicht einige Aufträge storniert werden könnten. Ganz genau. Und die Aktie ist auch eingebrochen stark in dieser Woche, nachdem sie ja vorher eine positive Tendenz hier aufgenommen hatte und der Rücksetzer aber jetzt zu stark ausgefallen, als dass man hier nochmal nach diesem Ausbruch einsteigen könnte. Wir sind auch kurz davor, hier den 200-Tage-Durchschnitt zu testen, auch erstmalig in diesem Jahr. Von daher das durchaus auch ein interessantes Niveau. Vielleicht zeichnen wir das hier mal eins, also diese Mark von ca. 100, 52, 153 Dollar. Mal schauen, ob die heute oder in den nächsten Tagen hier als Unterstützung fungiert. Aber ich wäre da weiter auch vorsichtig und würde vielleicht eher bei dem erneuten Ausbruch über die 169, 170 Dollar Marke dann erst trendfolgend einsteigen. Alle guten Dinge sind drei Applied Materials. Aus meiner Sicht der schwächste Chip-Hersteller, weil er die geringsten Wachstumsraten hat. Nur 4% werden erwartet für dieses Jahr an Wachstum und das KGV ist immer noch mit Nvidia vergleichbar. Die kamen auch ordentlich zurück. Die kamen auch ordentlich zurück in dem sehr, sehr starken Aufwärtstrend. Aber auch auf ein durchaus attraktives Niveau. Von daher hier im Bereich von ca. 212, 214 Dollar wird die Aktie auch wieder vielleicht spannend. Der 100-Tage-Durchschnitt liegt auch in diesem Bereich. Von daher muss man mal schauen, ob die Aktie dann vielleicht auch die Woche oberhalb dieser Unterstützung abschließt. Dann könnte die Aktie auch in der nächsten Woche vielleicht durchaus ein kurzfristiger Kaufkandidat werden. Ansonsten unter diesen Niveaus besteht halt die Gefahr, dass die Aktie weiter abverkauft. Das habe ich schon in Nvidia erwähnt. Jetzt wollen wir uns das auch noch mal anschauen, denn das ist der Wert, der sich auch gestern wieder ein Stück weit erholen konnte, um 2,8%. Also vielleicht hat die Unterstützung, auch wenn sie nur ganz kurz angelaufen wurde, schon gewirkt. Ja, hier haben wir auch den 50-Tage-Durchschnitt, der nicht ganz getestet worden ist. Also wir sind jetzt wieder in dieser Range, nachdem der Markt ja ausgebrochen war, über die 125-Dollar-Marke, ist er jetzt wieder zurückgefallen. Also aktuell wieder die Range zwischen 115 und 125 Dollar, die uns hier beschäftigen kann. Und da sollte man jetzt vielleicht auch abwarten, bis wir wieder über die 125 Dollar ausbrechen. Oder wer hier schon eingestiegen ist, vielleicht gestern oder vorgestern, das Ganze aber auch relativ eng absichern unter 115 Dollar, weil darunter besteht dann halt die Gefahr, dass die Aktie noch weiter korrigiert. Also aktuell ist hier, wie schon das eine oder andere Mal in den letzten Wochen eher Range-Trading angesagt. Ja, jetzt habe ich noch eine Aktie auf der Liste aus dem Technologiebereich, die Meta-Plattforms, die ja vor einer Woche Schlagzeile machte mit der Rehabilitierung von Donald Trump. Er darf wieder auf Facebook und auf Instagram posten. Das war für die Aktie jetzt kein positives Signal. Die ging an diesem Tag nach unten, aber gestern wieder nach oben, weil man verlauten lassen hat, dass man intern die Gewinne steigern kann, indem man beispielsweise die Kosten senkt für das ganze Thema virtuelle Welten. Ja, ganz genau. Man ist aber jetzt nach den Allzeithochs, die wir ja auch gesehen haben, in diesem Monat zurückgefallen, auch unter die Grundmarke von 500 Dollar. Und ich denke, unter 480 Dollar, unter 477 Dollar, wäre ich hier aktuell weiter eher vorsichtig entsprechend. Also hier ist ja auch noch dieses kleine Gap offen. Hier besteht durchaus die Gefahr, dass wir vielleicht hier noch einen weiteren Abwärtsimpuls sehen. Vielleicht auch bis in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts hier als nächstes Ziel auf der Unterseite. Über 500 Dollar, der Weg natürlich wieder frei Richtung Allzeithochs. Aber aktuell eher die Gefahr, dass wir vielleicht hier noch etwas tiefer korrigieren. Ja, und das hatten wir ja als Befürchtung vor einer Woche, als die Pepsi-Code-Zahlen rauskamen. Wir schauen mal jetzt eine Woche ab, mit einer Woche Abstand drauf. Die Aktie hat sich ganz gut stabilisiert. Das Problem war damals, dass die Umsätze bei verschiedenen Produkten zurückgegangen sind. Aber trotzdem, der Gewinn sah gut aus. Und das hatten sich wahrscheinlich viele Anleger und Anlegerinnen dann als Grund genommen, wenn schon rausgeschichtet wird, aus Technologiewerten dann vielleicht in solche Werte reinzuschiften. Ganz genau. Also letztendlich ist die PepsiCo jetzt weiterhin innerhalb auch dieser Konsolidierungsrange zwischen 158 Dollar auf der Unterseite und 175 Dollar auf der Oberseite. Man hat jetzt hier eine starke Bewegung hingelegt, seit man hier zu den Zahlen quasi nochmal die Tiefs getestet hat. Die alten Tiefs, die uns hier schon das ein oder andere Mal in den letzten Jahren beschäftigt haben. Also eine positive Bewegung. Aber so richtig positiv wird es dann erst, wenn wir über die 175 Dollar Marke ausbrechen und dann vielleicht auch ein starkes Momentum aufnehmen Richtung Jahreshochs. Aktuell kann es sein, dass diese Gegenbewegung hier auch nochmal abverkauft wird. Und auch heute gibt es wieder Quartalszahlen und zwar von The Travelers. Ein Dow Jones-Wert, der war gestern Plus, Minus, Null. Also hat es nicht ganz in die Pluszone geschafft. Aber bei einem schwachen Dow Jones ist das auch schon was Positives und hat gemeldet, dass das EPS die Schätzung übertroffen hat mit 4 Cent. Aber der Umsatz schlechter ist. Also so ähnlich wie bei Pepsi. Genau, so ähnlich wie bei Pepsi. Also die Aktie kam auch stark zurück. Hier seit den Hochstil, die wir im April gesehen haben. Eine sehr, sehr starke Korrektur. Aber jetzt hat die Aktie wieder Fahrt aufgenommen. Sie hatte nicht ganz den 200-Tage-Durchschnitt getestet. Aber jetzt die Woche war sehr, sehr positiv. Und das scheint sich jetzt entsprechend hier fortzusetzen auf der Oberseite. Ich denke, über 215 Dollar hier durchaus die Möglichkeit, dass wir vielleicht kurzfristig hier auch neue Jahreshochs sehen. Ja, wir werden uns auf alle Fälle wiedersehen. Nämlich mit ganz vielen Einzelformaten in der kommenden Woche. Aber am Montag dann erstmal nicht. Da wird die Iris für das Gespräch in der interaktiven Zoom-Session zur Verfügung stehen. Genau, es gibt das Format dann am Montag auch um 10.30 Uhr. Ich bin leider nicht da, aber wir sehen uns sicherlich bei dem einen oder anderen Format in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann schon mal. Schönes Wochenende an alle Zuschauer und Zuschauerinnen und natürlich auch an dich. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.